hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft episch meine Damen und Herren heute müssen wir uns sehr sehr gut ausrüsten denn es geht in einen Turm genau genau ich nehme aber heute auch nur das Nötigste mit also zum Beispiel ich packe das mit den also hier das ist ein bisschen so zum Beispiel da packe ich das mit rein weil ich das einfach heute nicht brauche das Kuh-Haus-Tiere das brauche ich unbedingt die Doppelthronen Kiste pack ich hier mit rein das kann ich überall mal dann das kann noch hier mit rein der Apfel kann so so ja so das Chisel kann auch so ja das andere da kann das Chisel-Dings rein okay um so da kann ich das jetzt hier alles mit rein um die Zinsbrüche um er dass mich auch mal ein paar Blöcke mit statt nämlich mit Prozent auch nicht ja genau das sollte so passen Prozent und ich bin jetzt aber noch ein paar Fackeln Kuhle sollten wir ihn sie haben um Prozent hier noch mal noch mal ein paar Fäckchen Prozent raus damit 49 das passt und dann gehen wir jetzt los wir haben alles wunderschön ok dann gehen wir jetzt mal zum Turm ähm ich habe ja gesagt gehen da hinten möchte ich gerne mal ähm machen und ja ich bin auch gespannt weil vorher mit dem Schwert habe ich noch kein Turm gemacht also den da hinten möchte ich machen ähm ob wird ob um der Boss wie viel der dann noch aushält das wäre noch meine ganz große Frage um aber ja ne wir schauen einfach mal so jetzt hier mal hoch hätte mein Jetpack nochmal aufladen müssen so mit und dann von der von er gern unten anfangen um um ja ich bin gar nicht nur das nehmen wir alles mit zu alles wie sie so wird immer mal nichts in der so alles in die die Nummer die Fakten mit so die ja die Kohle kann man immer mal gebrauchen und das war noch genau die ganz in die um ich vielleicht die Äpfel genau um das erst mal alles ab hier kommen und das ziehen um so vielleicht macht es mal lieber so um ob ich eigentlich nicht man hier ist gar nicht so viel drinnen ein schwerführende die noch alles easy nicht ich bin ich als nur die müssen es ist Postbom nicht trotzdem einfach alles mit und das sind nicht unbedingt so um zum Bauern ich auch gerne auf die Seile und die Metronter Alter Erkettungsaktion 2000 Ort der Gattes war jetzt hätte auch weggehen können um aber nice 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 okay ja da kann man jetzt mal schnell zurückgehen und auf jeden Fall jetzt nicht so schwierig wie sie mir vorgestellt hat weil da war ja eigentlich nichts mehr der Busch wieder ein paar Diamanten gut und so weiter aber nee sonst so richtig nix aber wir könnten auch froh sein dass wir die schnittepicke haben weil dann sonst wäre das ein bisschen blöder wahrscheinlich ausgegangen um nicht praktisch ist das mal ja alles wieder rein um die Böden Zahn Zahn alles Stauern zweck das kann dort rein halte ich mal um kann doch ein das kann doch ein die Kinder um genau das wird von einer Woche eigentlich schon gewählten die Kündigungen zu spüren da waren das ist wichtig Prozent Kündigungen Prozent Prozent das kann man noch mit einem Prozent der Bestattung jetzt mal mit so damit so ein bisschen mann siehe der gute Ausbruch okay Prozent so die Kohle können auch noch mal mit daran so Prozent gibt es hier noch mal eine die keine Eier mit 2 er hat mal wieder ein Haus kommen und geht er hat immer das jetzt ein eigentlich denn jetzt und Kinder mit uns und hier wird und wird wieder um genauer da haben wir das jetzt gemacht mit dem oder so Prozent naja Ok, dann gehen wir jetzt einfach mal schlafen Und dann haben wir das nun auch schon wieder fertig Mann, das geht alles so schnell Wir können ja jetzt noch mal Timeplay schauen 1,44 Tage Nice, nice, nice Stimmt, wir haben ja wieder ein Eisenswertes, obwohl, nee, das machen wir jetzt noch nicht Warum erst mehr Ich könnte das hier öffnen, öffnen, genau Oh, ein Fisch Fische sind gar nicht so schlecht, aber die kriege ich dich oft, aber So, aber den Tintenfisch brauche ich auch nicht Momentan Deswegen können wir den auch Also, das bringt ja nur Nachtsicht, deswegen können wir den hohen Kabel, ja, auch erst mal Der ist bestimmt, bitte, oder? Genau Äh, deswegen können wir das erstmal verstauen, das hat hier nichts zu drin zu suchen, das ist ja auch nicht Das Ei können wir dann auch mal mitnehmen Äh, das können wir dann ja alles da rein Hocken, genau Das Ei können wir mal, so Okay Und ja Okay, dann haben wir das jetzt auch gemacht Okay, dann haben wir das jetzt auch gemacht Okay, dann haben wir das jetzt auch gemacht Okay Äh, ja, dann haben wir das jetzt auch gemacht ja hier sind einschalten mit denen er hat kurz zu suchen um damit werden dann auch in der nächsten Folge okay jetzt bin ich wieder aber ich habe mich gerade noch nebenbei geschnitten um um er war mit ihm also in der nächsten Woche werden ich bin von ich glaube ich normal wenn die Post kommt muss man gehen die Hunde werden draußen um aber um äh das werden wir dann an der Nix vorgemachen denn wie gesagt wie gesagt um und und ja genau ich weiß nicht so gehen jetzt noch mal rein Künia die jetzt hier nochmal um zufrieden geben BD Schuhn ja vermehrt durch 7 7 7 7 7 7 Warte den müssen wir jetzt auch noch einen Namen geben um den Namen schild Prozent so ich muss ja ich vergiss es immer mal so ich muss es jetzt erst mal ein Ambus machen ähm Gott das ist äh Gotthund 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 so Au womit hallo da ja so komm 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 Gotthund so jetzt sitzt du auch wunderschön so das Palast und und hier steht jetzt auch in tausend Prozent 120 Sekunden dann ist er dann groß ist das nicht geil also ich finde es sehr sehr schön naja okay ähm ja auf jeden Fall äh dann würde ich sagen ähm das war's mein Video das Leiter abo was es halt so gibt ähm ich freue mich auf die nächsten Wochen wollen wir auf die Hundertstel beim Ender Drachen ab übrigens Folge 98 werden wir das Ende sogar suchen ähm und dann werden wir uns dort einen Teleport hin machen und dann äh gucken wir einfach mal ne ähm aber okay ähm ja da würde ich sagen was ist mit Video ich bin schon und durch tschüss und auf wiedersehen tschaui 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 tschaui